Schmeckt's gut? Schmeckt's dir? Schmeckt dir das Ästle doch? Hm? Du Otterl? Jo? Hier guck, hört euch noch mehr. Guck mal, da kannst du Kletter fressen. Sich wohlfühlen, mit uns chillen. Du feiler Otterl. Oh, stand er an dein Köpfchen gestoßen, ne? Oh, das ist schön. Oh, oh, oh. Jo, oh, 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 oh. Was ist jetzt? Oh ja, oh ja, oh ja, oh, 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 oh. Ich bin schnell weg. Ja, 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 jetzt reden wir uns. Jetzt streckt er uns den Rücken zu. Dieser Otter. Oh, überall joggende Frauen. Und engen Hosen. Und Jacken. Uiuiui. Guck mal, die da drüben in den Peten. Wie sie ihren Arsch bewegt. Der Otter. Der kann sich sogar mit seinem Fuß an seinem Bauch kratzen. Der Otter. Junge Baumann rein. Ja.